so was für eine mission du hast schon was tolles finden du sagst wahrscheinlich nur eingeladen hast eingeladen müsste auch bekommen gut nicht bangt sondern ich tippe mal jetzt einfach darauf dass du wahrscheinlich uns einfach nur gegenseitig zu stürmen müssen zehn minuten wie auch so der erste stört wahrscheinlich machen wir es nicht ohne komisieren wir haben schon jemand mordorgien feiern normalerweise sind es nur ordnieren aber das ist eine andere sache keine knade keine disqualifizierung kein safe wort das ist zum bitteren ende das ist natürlich schlecht für unseren gruppensklaven enrico dass wir kein safe wort haben oder das spiel hilft da mal ein bisschen nach im zweifel das kann ich da der kurve leute kommen sie zwei bis 16 und bestimmt lustig ja ich habe mich auch aber warum normalerweise doppel ap und auch immer wo es eigentlich nur voll vielleicht einfach zufrieden die tun sich lieber gegenseitig erlaubt we turn hazards and carnage into a rating spectacle you can't turn away from i'm al jerome here with the legendary jock friendly die anderen dj die 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 nach den den über ich bin ja das wusste ja auch schon ich komme gestiegen weil es geht jetzt nur darum sich gegenseitig umzubringen als sehr wahrscheinlich wieder an die kleine karte ist schnell da kann ich abhauen na gut dass aber den nachteil dass du nicht viel machen kannst doch ja ich doch du musst ja halt kills trotzdem machen glaube ich vermutlich zumindest als wir geschaltet eure gegner aus der reichart auch im ok findet mich nicht so oft sondern so viel das ist letztlich lässt mir in wo seid ihr meine schäfchen das problem das ding hat natürlich ein wendekreis wie sonst was wir halten vor mir ich glaube ich komme nicht raus so nämlich komme ich nicht raus einer verein vergesst es so ich komme nicht raus ich denke ich mal so besser ist egal ich bin tot der geschützer ist nicht bereit ja alle auf einem da kann ich auch mitmachen so so bis vierter also mit drei mann auf einen gehen der eine drückt mich weg und jana der flammiert mich da halb deswegen glaube ich hier nicht kommen die weiter der nkw weiter zu kurs sei immer nur platz vier jetzt mal wieder minus geben aber sie sind halt gute spiele um sich irgendwie hoch zu pushen du kriegst du ich krieg gar nichts bei mir geht gar nicht der level weiter weil du auch bei arena was keine rp so ein ap kriegst arena punkte man kriegt auch rt geht trotzdem nicht weiter bei mir die letzte leuten nicht die redepunkte die gehalten hat wurde nicht gespeichert 0 für mache ich den scheiß überhaupt ja